Ich glaube dann, wer zog auch so ein Transportmittel, ich glaube, das könnte uns Hilfe leisten. Ach du ahnst es nicht. Soll ich dir was geben? Ach du Scheiße. Das ist jetzt gerade mal nur die Zufuhr, das ist ja noch nicht alles hier. Es gab aber erstmal nur, dass die ganzen Kanister erstmal jetzt in die Sachen reinfliegen, dass das Förderband erstmal füßt. Ja, da futsche ich dir aber jetzt aber nicht dazwischen, Alter, ich weiß doch nicht. Wo bist du? Ich würde dir ganz gerne hier vorne mal dein ganzes Material geben. Ich lege das hier vorne einfach hin, oder ist gut? Ja, warte, ich komme da sofort hin. Ja, das ist gut. Und die müssen auch meine Venter ein bisschen leer kriegen. Geht's alles jetzt zum Mülleimer, mit dem nächsten. Sammelt sich da Zeug hier drin? Ja. So viel Glück, so dann muss man mal sortieren. Ja, den Rest behalte ich. Gut, danke. So. Und das zumindest schon mal am Laufen. Dieses Feuerband ist mir schon mal wieder ein bisschen sich bewegt. Ja, würde ich jetzt den Meilenstein mich mal da hinten drum kümmern, weil ich möchte jetzt echt nicht hier reinreden. Nee. Das hat ja leider überhaupt nichts. Auch kein Sinn. Alles gut, nee, dann werde ich jetzt hier mal heben. Wo kommt das Rohr denn hierher eigentlich? Es kommt von da hinten. Soll ich dir das eben zeigen? Siehst du es? Ja, ich sehe das Rohr, es kommt von hier hinten direkt, ne? Wissens lange wieder alle Räume hier. Ja. Passt das denn? Wie viel hast du denn jetzt gebaut von der Menge her? Ich glaube jetzt erst mal 8, 16, aber 8 sind erst mal jetzt nur angeschlossen zum Befüllen. Die andere Seite muss ich noch auch noch befüllen, dann muss ich das Rohr, also wo alles rauskommt, muss ich noch zusammen verbinden. Also ich bin noch gut dabei. Wie viel Öl brauchst du denn jetzt pro Minute? Also mit einem mache ich ja jetzt 30, ich brauchte 420, so, also 10 sind 300, 6 mal 30 sind 80, sind, ja, 480. 480 Öl brauchst du, hast du. Ja, das heißt, wenn ich die 16, die ich hier habe, jetzt auch richtig anschließend fertig mache, dann sollte das alles kein Problem sein. Und du brauchst halt nur die passende Ölmenge dafür. Genau, so. Die produzierte gerade 240. Ich bringe dir gleich noch ein paar Energieschnecken mit. Ich habe hinten noch drei Stück in meiner Haus- und Hofproduktion, die ich da oben gebaut habe. Ja, ich baue jetzt hier erstmal weiter zusammen. Ist schon wieder voll, Alter, das gibt es doch gar nicht. Oh, er fährt wieder ab, kriege ich ihn noch. Nee, kriege ich nicht. Scheiße, zu langsam. Dann laufen wir. Ich hätte ja auch da vorne einfach in den Hyperloop springen können. Aber komm, wir laufen. Wir laufen. Durch die Nacht. Oh, macht das. Damit der Nacht ist natürlich ein bisschen blöd. Aber geht ja auch, also. Ich kenne andere Rächte, Alter, da siehst du die Hand vor Augen nicht mehr. Das stimmt. Undavor. Ich kenne andere. Und. Ich kenne andere. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 unser strom hat sozusagen sein eigenes leben bei uns das ist schwierig würde ich sagen schwierig produzieren alle schon fleißig jetzt geht das hier über würde ich hier aber auch noch eins bauen dann langsam richtig nifftig hier jetzt habe ich zwar hier die eine fuhr für die für die für die hinleitung dass man irgendwann ankommt wo ich das für die rückführenden führe und das gleich erst mal bauen und das will ich jetzt mal fertig so ich habe keinen platz mehr in der tau glaube ich habe ich auch nicht nicht mal ansatzweise so ich würde jetzt das erste öl schon wieder zurück schicken machen wie du möchtest der erste fässer schon mal das punkt zumindest läuft sieht noch weiter geht so habe ich daher die abfluss in so ein zeus drin so das muss warten aber das denn hingeführt nur wo der abfall hängen ging also das der kann ja nichts raus da hatten wir ja nur verpackt ja wer kommt dann nicht raus du hast da keine reste oder in dieser wird dann kann ich nur dass ich das drauf und dann geht das ja dann kann ich nur dass ich das drauf so so und lass ich jetzt die förderbinder hier laufen so und lass ich jetzt die förderbinder hier laufen so die gehen jetzt ja jetzt schon aber steht ja jetzt schon das ganze förderband gut gut das sind schon mal acht die laufen so jetzt muss noch eine ganz andere rotz rezepte 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 so äh wo haben wir denn hier die ganze strom hat es mir schwer als kalt den rücken runter ich das sehe hier selber schon so ein doppel kom upbringing so Vielen Dank. Ich glaube dann was. So, jetzt muss ich es hier noch. 50 davon. 100, 200, so. Wir müssen kurz gucken wo wir Kabel haben. Hier war Beton oder? Ne, Kofferbeton war hier. 1000, 2000 war es schon. 500. So, jetzt ist es so. So, jetzt ist es so. Ach, scheiße. Oder produzieren wir das hier hinten? So, mein Gott. Ja, was hier alles im Material durchgeht. Leck, oh mio. Computer. Scheiße, sehe ich da alles vor mit den Kackplatten oder? Scheiße. Äh, KI-Begrenze haben wir auch irgendwo liegen. KI-Begrenze. KI-Begrenze und Produzieren wir und Kunststoff, ja oder? Und was? Und was? Okay, also kann ich mir immer Kunststoff klauen. Alles. Was? Was brauchte ich noch? Wollwort vierte? Highspeed-Anschlüsse, irgendwie so ein Plunder. Ja, die haben wir oben liegen, die haben wir auch. So. Also produzieren ja keine, wir produzieren ja nur Computer, keine Supercomputer. Also muss ich jetzt erstmal Computer produzieren. n was lässt sich Leute so und so So, haben wir das sofort fertig hier. Null Start. Das ist doch schön. Highspeed-Anschlüsse. Habe ich keine Tasche. Aber hier sollten welche drin liegen. So, was brauchen wir noch? Weiplelein hier. Sag mir nicht, wir produzieren jetzt auch die nicht. Dann springe ich hier aber gleich in Viereck. Ich brauche 50 Stück, das heißt, ich brauche nur noch 50 Highspeed-Anschlüsse. Da ist auch schon wieder schwierig, habe ich gut gemacht. Theoretisch habe ich eigentlich alles dafür. Ja, ich brauche. Hmm.